kann nicht sein ich hab den nicht gesehen oh mein gott bin ich blind ey oh mein gott das war wohl gar nix danke der panzer weg da ist der nächste da stellen wir jetzt die flagge hin ja 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 Okay, okay, okay. Hey, mit dem Ding. Traum nicht. Komm ich denn hier oben rein irgendwie? Den einen habe ich noch, den anderen kalt. Den behalte ich noch. Verdammt, draußen am Hügel. Habt ihr ihn gesehen? Mehrere. Schnell, 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 schnell. Das wird eng. Leider knapp, sehr knapp. Feindlichen Lightning identifiziert. Feindlichen Lightning identifiziert. Weg ist der Scheiße. Blö, blö. Zack, immer mitten in die Fresse. Geht. Oh Nichts weg hier. Ich hatte eh nichts mehr. Warte, ich hatte noch genug. Aber leider nur von der einen Sorte. Meine ich. Die anderen Mumpel haben mich alle verballert. Aber es sieht schon wesentlich besser aus. Oh oh. Ich habe gesehen. Hier im Süden. Ach, wo bin ich denn hier? Was soll denn diese Scheiße? Granate raus. Warte, warte, warte. Granate, warte, warte. Jetzt bin ich noch nicht mal kaputt. Darf ich mich zu Tode stürzen? Darf ich das? Hüiip. Oh, ehrlich? Ich bin kaputt. Wie kommt das denn? So. Ich würde ja gerne da unten spawnen. Da, wo ich wohl noch den Scheiß Knopf gedrückt habe. Ich geh halt Spion. Scheiße. Und warum ist das so gelaufen? Weil ich nicht da rauskommen konnte, wo ich rauskommen wollte. Ja, kein Problem. Aber hätte wirklich sein können, ne? Hätte ich da früher rausgekommen. Halt's Maul. Mensch. Jedes Mal das Gesülze. Wir müssen doch oben das Ding zumachen. Da hat tatsächlich getroffen eine. Wo hat der denn hingezielt? Ja, er ist total nach rechts gezielt. Ich dachte, der sieht mich nicht. Oh, oder. Level 8. Hm. Wo kommen die ganzen Low-Level-Typen her? Da könnte ein Panzer. Panzer kommt vor allem hinterm Hügel. Mumpekanone auspacken. Feindlicher Panzer, feindlicher Panzer, feindlicher Panzer, feindlicher Panzer. Schutzschild-Generator kritisch. Ach, der kommt ewig nicht. Der könnte nicht hier hin. Gut. Parieren. Haben die Generator stabilisiert? Nein. Ich meine von uns, jo. Tatsächlich. Das muss irgendwie durchkommen. Das kannst du besser. Zeig's ihnen. Das ist jede Masse. Leider. Schon zu angeschlagen. Man müsste sich oben auf den anderen Turm passieren können und mit der Kanone unten rein ballern. Oh, Moment. Ich muss ganz außen rum irgendwie. Schaffen. Willst du es dir selbst gestatten zu verlieren? Nö. War noch zwei drin. Ich hätte in das Loch gucken sollen. Einfach zu dumm. Einfach zu dumm, um um die Ecke zu gucken. Oh, da ist einer. Ja, dem muss ich erschießen. Das war einfach nur zu dumm. Mehr war es nicht. Können wir nicht so eine Kanone umdrehen? Kannst du mir erzählen, wieso ich hier nicht getroffen habe? Hab ich so einen Leck im Moment? Oder was für eine Ausrede brauche ich jetzt? Ganz oben ist auch wieder einer. Verdammt, wo kommen wir denn her? Ich hab nur den oben auf dem Hügel gesehen. Leider. Ich schau aber nicht hinten rum. Als Spion kann ich da hinten was? Ja. Hier geht es ganz außen rum. Da dreht das Ding hinten rum. Genau. Lauf, Horst, lauf. Immer in der Wand lang, immer in der Wand lang. Das ist mir schon mal drin. So. Weiter. Ich war genau mein Plan. Auch schon. Dreh um das Ding. So.